Hallo liebe Freunde von Kaumal hier. Heute haben wir für euch leckere Johannisbeerschnecken und so werden sie gemacht. Hier seht ihr jetzt erstmal was wir alles brauchen. Wir haben einmal veganen Vanillepudding, Johannisbeeren, veganen Croissant-Teig, Puderzucker, Zitronensaft und veganen Frischkäse. Zunächst öffnet ihr den Croissant-Teig und rollt ihn flach aus. Den könnt ihr ruhig richtig, richtig flach ausbreiten. Achtet darauf diese Nahtkanten, nenne ich es jetzt mal, zu verschließen, um später Löcher im Teig zu vermeiden. Nun streicht ihr auf den Teig schön gleichmäßig den Vanillepudding und darauf kommen nun die Johannisbeeren. Danach rollt ihr den Teig von der kurzen Seite her auf, sodass ihr am Ende eine richtig dicke, wurstartige Rolle habt. Die schneidet ihr jetzt in gleichmäßige Stücke, je nachdem wie dick ihr die Schnecken haben möchtet und in der Regel bekommt ihr etwa sieben Stück pro Rolle raus. Nun legt ihr die Teile mit der Schnittkante nach oben für 15 bis 20 Minuten in den Backofen bei 180 Grad Umluft. Behaltet sie dabei aber immer ein bisschen im Auge. Wie schnell sie ausgebacken sind, das kann immer mal unterschiedlich sein, je nachdem wie voluminös eure Rollen sind. Während der Backzeit verrührt ihr den Puderzucker, den Zitronensaft, den Frischkäse und gegebenenfalls einen kleinen Schluck Wasser, um eine gescheite Konsistenz für den Überguss zu bekommen. Die Mengenangaben findet ihr wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Wenn die Schnecken fertig ausgebacken sind, holt ihr sie einfach aus dem Ofen und lasst sie kurz ein wenig abkühlen. Nun könnt ihr die Zuckermischung noch drüber träufeln und dann lasst ihr die Schnecken weiter etwas abkühlen. Tja und dann bleibt nur noch eins zu tun, schmecken lassen. Wir hoffen das Video hat euch gefallen und ihr habt viel Spaß beim Nachbacken. Wir freuen uns gerne über ein Like und ein Abo von euch, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Gerne auch in die Kommentare schreiben, wie es bei euch gelungen ist und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank! Vielen Dank!